In diesem Video erklären wir Ihnen den Aufbau der EasyMap Programmoberfläche. Das Video hilft Ihnen, sich in der Software besser zurechtzufinden und die verwendeten Begriffe in den folgenden Videos leichter einordnen zu können. Wir starten die Software EasyMap und öffnen die Beispielkartenmappe Meine erste Kartenmappe vom Willkommensbildschirm. Das Hauptmenü enthält alle allgemeinen Befehle. Die Symbolleiste bietet Symbolschaltflächen für wichtige Befehle im Schnellzugriff. Ebenso finden Sie hier die Markierungsebene. Wenn Sie später Elemente in der Karte markieren, zum Beispiel eine Stadt, wird dort die entsprechende Ebene angezeigt. Die Markierungsebene können Sie falls notwendig fixieren. Über die Suche finden Sie schnell Inhalte, die sich auf Ihrer Karte befinden, zum Beispiel Postleitgebiete. In der Statusleiste finden Sie eine Auswahl verschiedener Anordnungen der Fenster, einen Zoom-Regler und eine Schaltfläche für die Gesamtansicht. In der Standardansicht befinden sich links die Steuerungsfenster, rechts das Datenfenster und in der Mitte das Kartenfenster. Die Steuerungsfenster erlauben einen schnellen Zugriff auf einzelne Befehle. Das Steuerungsfenster-Inhalt ist ein wichtiger Arbeitsbereich in EasyMap, da dort alle Blätter mit ihren Ebenen und Objekten aufgelistet sind. Mit Rechtsklick können Sie von hier aus das Kontextmenü einer Ebene öffnen und so beispielsweise die Eigenschaften der Ebene aufrufen und anpassen. Sie können zwischen den einzelnen Steuerungsfenstern durch Klick auf den Reiter beliebig wechseln. Die Steuerungsfenster Kartengrundlagen, Objekte und Daten werden Sie in den nächsten Videos noch näher kennenlernen. Im Datenfenster auf der rechten Seite werden die Tabellen angezeigt. Wie Sie es aus anderen Tabellenkalkulationsprogrammen kennen, können Sie über den Spaltenkopf, Filtern und Sortierungen vornehmen. Weitere Tabellenfunktionen erreichen Sie über die Symbolleiste im Datenfenster. Im Kartenfenster sehen Sie das ausgewählte Blatt. Über diese Reiter können Sie zu einem anderen Blatt wechseln. Die Scrollen des Mausrads können Sie bequem in und aus der Karte zoomen. Um die Ansicht zu verschieben, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und verschieben das Kartenblatt. Wollen Sie einen bestimmten Bereich vergrößern, drücken Sie die Umschalttaste und ziehen Sie gleichzeitig mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck auf. EasyMap bietet Ihnen zur Unterstützung eine kontextsensitive Hilfe an. Geben Sie F1 auf Ihrer Tastatur an, um die passenden Informationen auf unserer Onlinehilfe zu erhalten. Nachdem wir einen Überblick über die Bedienoberfläche von EasyMap erhalten haben, zeigen wir Ihnen im nächsten Video, wie Sie eine Kartengrundlage einfügen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wie Sie eine Kartenblatt haben.